So weiter geht's. Beim letzten Mal habe ich diese coole neue Schleuder hier bekommen. Dafür in Englisch, aber ziemlich verkackt. Mal sehen, was heute passieren wird. So, das ist eine gute Idee, richtig? Ja, okay, sicher, ich werde es machen. Hey Mann, was ist passiert? Nicht viel. Ich habe gerade gesagt, Petey hier über meine Idee, um die Schule zu nehmen. Ich meine, meine Planung für uns zu nehmen. Was Plan? Keine Angst, Jimmy. Es ist nur ein bisschen was ich mitbekommen. Es ist Sink oder Swim, mein Freund. Und wenn du gut an Schwimmen bist, musst du die Loser drownen. Warum nicht die Gedanken machen? Was? Was? Was, was, da? Kannst du nichts anderes sagen? Was? Haha. You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't. You lie. Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls! Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Ow. I keep imagining myself before I get upset. Armer Pete. Aber was lässt er da auch über mich? Vermutlich hat er's verdient. So, ich hab jetzt nicht so ganz mitbekommen, was er eigentlich vorhat. Irgendwas, was mit der Schleuder zu tun hat. Man darf gespannt sein. Oh, ein Fußball. Sehr cool. Hey, see if you can knock on the windows on that bus. I wanna see your long range skill. See if you can get it with your... So, so ein abgefuckter Bus darf auch auf... ... keinem Schulhof fehlen. Hey, Freunde? Freunde sind für die Woche. Bestimmt sehr sicher. Bei Kleinkindern. Okay, gezielt wird automatisch. Man kann nicht so viel verkehrt machen. Bistann nicht so viel verkehrt machen. Ich habe immer noch nicht ver genes. Grüß, Freunde vonnach. anganательно verkehrt. Was ist das? Auf und dann? Ein��고iert. Ich bin ja schon auch nicht. Ich bin ja schon einmal verkehrt. Ah ja, zum Football-Feld geht's. Ah, jetzt soll ich auf die Sportler schießen. Ob das so eine gute Idee ist? Oh, was ist das hier? Äpfel. Okay. Na nu? Okay, die Richtung. Ich soll jetzt alle K.O. schießen? Na gut. Okay, es gibt auch den Ziel-Modus. Ich weiß allerdings nicht, wofür ich den nehmen sollte, wenn automatisch gezielt wird. Naja, komm schon. Die kriege ich auch noch. Zack. Geschafft. Und Streber Respekt dafür bekommen. Und Streber Respekt dafür bekommen. Okay. Okay, ich hab auch noch andere Aufgaben. Was ist das hier? Ball-Jonglieren. Jonglieren mit meinem Ball. Ich hoffe, ich kann dich mit K.O.s. Ja? Show mir! Like this! Er hat einfach den Skill im Slow-Motion Ball-Jonglieren. Ich kann Geld setzen. Naja, wenn wir mal den Einsatz, das kann ich bestimmt besser. Starten. Ist jetzt gar nicht so schwer. Ich schätze mal, es wird... Oh, verdammt. Okay, ja. Verkackt. Wieso genau hab ich jetzt verloren? Findet er das grad besser? Hm. Hm. Sehr verwirrisch. Ah. Hallo! Ich liebe wirklich Bunnen! Eieieiei! Okay. Das hat ganz schön reingehauen. Oh, scheiße! Hahahaha! Scheiße! Ah, okay. Früher oder später musste es ja mal passieren. Ich bin jetzt einfach mal im Zimmer gelandet. Na gut. Hm. Lauf ich nochmal zurück. Gar keine Lust zu schlafen. Aber vermutlich werde ich von denen hier auch wieder gejagt. Ich bin mein Baseboard-Schläger wieder. Leider darf ich vergessen, wo's zum Football-Feld geht. Ich glaub, das war einfach direkt hinter der Schule. So spät abends dürfen die noch durch die Gegend laufen. Das ist der Baseboard-Schläger. Wow, wow, wow. Ganz vorsichtig, Leute. Okay. Oh, ein Football. Ich will den auch nehmen. Ey, ey, ey. Mein Football. Was zur Hölle ist dein Problem, ne? Oh, 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 oh. Okay. Komm her, Curly. Ich bin ein physisches Specifiz. So komm her, rumpf mich! Kannst du etwas über das tun? Ich bin jetzt nicht so gut. Okay. Mein Football. Ich geh nach Hause. Ah, ich bin hier der Superathlet. Wie kann's sein, dass mir die Football-Spieler nicht hinterherkommen, hm? Die Bärküre? Ich hoffe, ich werde es nicht sehen. Bähne. Okay, ich glaub, bevor ich hier alles noch kaputt mache, lege ich mir das erst mal hin und speichere. Und dann sehen wir weiter. so alles klar erst mal sprechen und an der stelle möchte nur erstmal wieder schluss